Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir haben ganz gut gepostet, wir haben ein kleines Zeug nach Hause und dann komme ich wieder. Gern? Da kann ich jetzt aber noch nicht aussehen. Habt ihr Riberon? Oh, Mami! Ja. Aber ist es für mich nicht mehr unterziehen? Aha. Weil ich alleine. Wir essen ja alle aus. Fritz, ja, wir haben einen Haken. Nein. Und jetzt? Muss ich die wägen? Nein. Ach du wutsch. Wut! Ich habe jetzt das Gleiche gemacht. Get gelOCkarriere. Die Lass dich drüber! Ich komme noch dran! Und grün passt nicht. Einen rot würde ich schon anlegen. Dann kann das mit dem Hund jetzt... Kann er es noch aufmachen? Das ist schon innen da, oder? Das sollte innen zum Raffi passen. Weil der Töschkopf... Kostet das? Ein bisschen bei den Pärern. Kannst du etwas Ähnliches von Stoff? Nein, das ist etwas anderes, Mami. Auf der Hand, Hand. Aha! Ja. Es sieht aus, dass es so viele Auswege ist, wie ich meine... Weißt du, wie es ein flasster Wagen hat? Es ist einfach etwas... Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich kann ihn einfach gut so... Ich schreibe den Lampen bald ab. Ja. Es ist einfach etwas... In einer Verkaufgabe... Es ist schon ein Modell. Wow! Arsch! Es ist es... Ein Ding. Es ist doch ein paar Tiere, dass das Wasser trоть ist, wenn man nicht ohne Schwaub von euch ist. Und dann kann man es auch, wenn man nicht ohne Schnappятся oder nicht ohne Schnapplose kommen. Nachdenka zu den Schrauben beim Rummen, zur Schrauben des Schrauben und dann hier im Schrauben des Schrauben der Schrauben der Schrauben mit dem Schrauben ausgetan müssen. Nein, was bist du passiert, Freunde? Oh nein, nicht spielen! Hallo! Warum? Komm! Komm her! Komm her! Komm! Das habe ich eigentlich angestellt. Ich hoffe es ist noch ganz... Das war doch auch müde. Entschuldigung. Viel Spass! Oh, das ist mir. Und ich sehe wieder das Schenken-Virus aus, das wir im Laden gesehen haben. Und ich sehe das Schenken-Virus. Oh, das sieht so gut aus. Guten Appetit! Oh! Oh. Wow! So precis. Das geht jetzt. Uh, gerade schneiden, das ist ganz einfach. Das geht jetzt. Komm, komm zu mir. Hüpf, du schaffst das. Komm, du bist eine Katze, du schaffst das. Also eigentlich bist du ein Kater. Ja, hi. Hä, bist du mir oben im Stuhl? Jetzt mal den Stuhl liegen. Gell. Jetzt ist der Ball. Was ist? Oh, aber dort ist der. Da musst du aufmachen. Da. Ja, mach auf. Mach auf. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich gehe kurz, okay? Bis später. Hab dich lieb. Brav sie. Okay. Äh, die Elektrik angelauten. Die kommt ungefähr 10 Minuten. Da gehe ich jetzt kurz nach Hause. Ja, ich mache dir so, bis sie gleich. Ja, ich mache dir noch mal ein Paar. Ja, ich mache dir noch mal ein paar Mal in einem Tag, Das ist ja schon mal ein paar Mal. 기런데, ich mache dir die Katerin. Das ist ja schon mal ein paar Mal. All in den Töckland. Ich mache dir das, was ich eigentlich nicht. Ich mache dir ein paar Mal. Die Leiterin, ich mache dir das in Katerin. Und dann ist zu einem Katerin. Ich mache dir das im Katerin. Woher. Hi. Oh, das ist cool. Hi, Peeky. Hi. Hi, Peeky. Hi. Hi, Peeky. Hi. Hey, es schmeckt etwas anders, oder? Okay. Es ist nur mein Onkel unten, der gerade die Decke wieder ruhig macht. See you, Peeky. Komm, du darfst. Viel Spass. Wie musst du das Gestalt reinlegen? Hab dich klein, bis später. Love you. Also, jetzt bin ich wieder zu Hause. Also, jetzt bin ich gerade unten bei der Oma. Ich habe gedacht, ich lasse dich jetzt von der Elektrik allein dort oben. Das ist ein schönes Zeug noch machen. Und ich sitze da, streiche ich wieder Leo. Und mache mein nächstes YouTube-Video. Oder vielleicht auch einen Short. Ich finde es krass. Wie viel Lärm die machen. Aber das ist ja logisch. Okay, ja, sie müssen ja Lärm machen. Also, leise können sie es ja nicht machen, logischerweise. Ich finde es krass, dass man so viel gehört von oben. Ja. Ja. Nicht? Okay, das heisst sogar eine Katzenkolle, aber komm, du kriegst auch ein paar über mich. He he he. Hey du, hast du Lust? Ja. Ist fein? Gesundheit, Leo. Gesundheit. Bist du am Lüssen? Ja, Gesundheit. So, der Backofer funktioniert jetzt. Der Elektriker hatte jetzt ungefähr so eine Stunde oder so. Den Backofer kann ich brauchen. Da leuchtet er. Kann ich kurz ein bisschen backen. Ja, das Witzige war noch. Das war noch so, dass er gesagt hat, dass das jetzt fertig ist und so. Und dann hat er noch gesagt, ja dann einen schönen Abend und viel Freude beim Guzzli backen. Ja, dankeschön. Voll lieb. Voll lieb. Das soll mit dem Rechner, dass ich überhaupt Guzzli machen will. Aber es wird Guzzli kommen. Ich habe noch vor für den Baron ein paar Guzzli machen. Dann bin ich richtig froh, dass das jetzt funktioniert. Yeah. Dann muss ich nur noch Zutaten kaufen. Aber dann kann ich das Guzzli backen. So, jetzt habe ich der Nuna nochmal einen Stängel gegeben. Jetzt wartet sie schön aufs Oma, gell? Das Oma kommt sicher bald. Jetzt ist sie versorgt. Jetzt gehe ich zu Maron, gell? Ja, das Oma kommt bald. Gell? Tschüss, Nuna. Tschüss, Leo. Seli? Tschüss, Seli. Tschüss. Tschüss. Das Oma kommt sicher bald, ja. Hallo. Hallo. Hi. Hä, ich meine ich nach Leo. Komm her. Das ist mein Lieblings-Anime. Mit diesem Anime hat meine Liebe zu Anime angefangen. Und meine Katze heisst auch so, wegen diesem Film. Darum heisst es meine Katze Baron. Entschuldigung, Papa. Oh mein Gott. Entschuldigung, Papa. Oh mein Gott. Jetzt mache ich das dann noch auf. Das hat sie wahrscheinlich extra dabei gelesen. Das ist perfekt oder lieb. Mal schauen, was da drin ist. Ah, den kenne ich auch, ja. Ich habe den bis jetzt noch nicht geschaut. Oh, die Sticker sind dabei. Wie süss. So süss. Oh, den Film kenne ich. Oh, das ist ein cooles Sticker. Hier hat sie sogar meinen Namen hergeschrieben. Oh nein. Hier kommt der Scheiß-Büsi darum. Oh wow. Was ist ich bitte? Wow. Das sind Sticker, also das sind, wie etwa das? Wo kannst du Notizen drauf schreiben. Sie sind einfach, oh mein Gott. Und dann noch blau. Ich liebe es. Wie schön! Oh mein Gott, wie schön! Ja! So cool, okay, so cool, so cool, ja, ich flippe, was du's? So cool! Was ist die Pferde? Was ist das? Oh ja, Al어! Heute hat und zu beizigen es versucht, Foto ist vorbei, wo sie auf dem Landbeweg kommen. Das ist Liv. Das hat die Pferde gesucht. Aber sieiley hat es nicht so viel viel gesteuert, aber es ist etwas so, es ist natürlich wie ein Pferde wie ein Pferde im Fall. Er hat mich so, dass er für ein Pferde ist. Einen diesen haben die Pferde nicht gemacht. Das war's. Das ist Dina. Ja, habe ich von meiner Mama bekommen einen selbstgemachten. Ich fühle mich schon richtig drauf. Jetzt komme ich mal ein bisschen drin. Ja, ist exo für dich. Ich bin jetzt zu bestellen. Willst du das probieren? Komm her. Du bist Katz, oder? Wirklich? Oh, ich hatte beide Püren drauf. Es sah aus wie bei Autofahren oder so. So cute! Das sind ja mega grosse Dosen. Ich habe gedacht, das sind kleine Dosen, aber es ist auch gut grosse. Wirklich? Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Es ist ja mega grosse Dosen, auch immer so, dass es für eine Zeitung aufge CAMt haben.